Willkommen zurück bei Freitag, der 13.00 Uhr mit Nalu-Kaad. Hallo. Das übliche Intro wieder, der übliche Mord. Okay, ich bin Survivor. Ja, ich auch. Ich bin direkt am Telefon. Da ist direkt das Telefonhaus. Ich habe das Telefonhaus. Woran siehst du das? Weil ich am Telefonkasten bin. Ich bin bei Stillwater. Theoretisch muss er sich eigentlich instant dahin teleportieren. Der Typ, als ihr gegen mich gespielt habt, ja auch instant die Polizei gerufen. Den habe ich aber direkt gekillt. Er hat gerade den Hörer aufgehangen, da habe ich ihn gepackt. Ich war leider eine Sekunde eher und er hätte die Polizei nicht gerufen. Verstehe. Das war wirklich knapp. Das Telefon ist ein Wandtelefon, oder? Ja, ist das im Higgins Haus? Ich bin Stillwater. Scheiße, dann weiß ich nicht, wie es aussieht. Ah, ein Wandtelefon in grünes. Ich brauche dich zu hören. Jason Voorhees hat zurückgekehrt und er töte meine Freunde. Wir brauchen dich. Oh mein Gott! Wir brauchen dich jetzt hier. Bitte! Also ihr wirklich instant Glück gehabt, dass ihr da beim... Nee. Er ist bei mir übrigens. Ja klar. Macht halt auch Sinn, ne? Warum? Warum gehst du immer in den Schrank rein? Ich hoffe nur, dass das Haus hat nur eine Tür, was ihr verbalkadieren muss. Oh nein, 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 nein. Kommst du weg? Ja, ja, aber... Ah, er ist ganz anders. Wenn du noch quasi kurz überlegst, ich rufe gerade den Jäger. Pass auf, er ist bei Blair Cove. Er hat sich zu Blair Cove teleportiert. Ist egal. Ich habe den Jäger gerufen. Okay. Nein, er war bei mir und dann hat es instant... Ich bin genau auf der anderen Seite der Map. Ja, dann kann ich hier in Ruhe das Auto auftanken. Ich... ich betanke bei Steelwater das Auto, gell? Steelwater? Ich bin gar nicht so weit weg. Oh, danke Gott, es hat tatsächlich fit. Ich brauche meine Axt wieder. Ich habe meine Axt. Axt, die, Axt, die, Axt. Leider immer noch kein Messer. Ich auch leider. Ich suche gerade das Haus dann ab, ob ich irgendwas finde noch. Ah, Autoschlüssen. Was brauchst du noch? Eine Batterie jetzt? Batterie, ja. Wo hast du den Benzinkanister her? Aus dem Haus, wo das Telefon war. Genauso wie die Autoschlüssel. Ich würde sagen, noch zur Farben. Ich suche nur kurz wegen Taschenmesser oder irgendwas. Was ist besser? Pumpenzange oder Axt? Weiß ich nicht. Also das Problem ist, getroffen habe ich ihn bis jetzt immer nur mit dem Baseballschläger. Und der Stunt ja lustigerweise direkt. Ihr habt irgendwas in den Kommentaren bei uns gelesen, dass man mit einer Einhandwaffe den auch stunnen kann, wenn man gepackt wurde. Das teste ich jetzt mal. Ne, ich finde da drücke ich immer so schnell wie möglich E oder Taschenmesser, weil du hast ja nicht viel Zeit. Ja. Wenn er dich irgendwie zwei Sekunden gepackt hat oder so findest du dich ja direkt. Ihm doch das Taschenmesser macht er automatisch. Achso ne, ich drücke einfach immer 1, 2 Nummer sicher und linke Maus und drücke dann auf einmal alles. Okay. Verstehe. Wird ja nur Sinn machen das automatisch zu benutzen, dann warum sollte man es nicht benutzen? Natürlich, natürlich. Wir gehen mal ins benachberte Haus. Hey guys, I got a... Can you hear me? Radio. Ähm. Our car is almost ready. We just need a battery. It's still water. Du musst sagen, das ist viel zu sagen. Still water car. 4 Seeds. Oh, what the first aid? How do you heal other people? Uh, I'm not really sure really. Ah, sagt er nahe anstehen und die Taschenmesser drückt normalerweise. I've seen people just heal themselves and they heal other. I can heal you. Äh, Shadow Slayer. Here, I'm gonna give you guys the first aid. I have like 2 of them. Ich hab ne Batterie. And Z is the drop thing. Talo, ich hab ne Batterie, aber... Aber... Ah nein, eben dachte er wär hier, aber das... Verdammt. Police. Police. Teleportiert dich zu mir. Okay, wo bist du? In der Scheune bin ich dann gleich eingesperrt. Was soll ich zu dir dann versuchen kommen? Du kannst mit dem... Somebody hear me? Du kannst mit dem Auto herkommen. Jaja, das meine ich ja. Somebody hear me in der Radio? Hörst du mich im... Nein, ich nicht. Aber anders anscheinend schon. Hey, du willst einen ersten aid oder nicht? Nein, ich hab genug. Es sind Tonnen ersten aid hier. Okay, ich werde Autofit machen. Hallo. Wo bist du? Was ist mit dem Auto? Ich bin immer in der Scheune eingesperrt. Ich hab's, ich hab's. Wenn du zur Straße fährst, kann ich einsteigen schnell. Ich muss kurz schauen, wo... Wo ich dann hin müsste, genau. Oder... Ja, ich kann nicht mehr sehen. Ja, geh... Polizei schicken. Einfach geradeaus fahren, ciao, ciao. Ja. Bleiben stehen! Ja, ich brems gerade aber das ist echt... Schwammig die Brille. Please this way, follow me. We have a car, guys. The blue... The four-seater car is ready, ready. Nice, okay. We are currently at the barn. Higgins' Haus. Oh, the thing is... Chase is off the Shrine. Fast, 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 fast. Ja, ja, I forgot to buy. Because last time I had someone who was their character, I got killed. So I'd rather save one of you, man. You can get in, get in. Brems, Schommer. Hey, come on, get in, get in, get in. Which side is the police? Fast, 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 fast. Hurry, 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 hurry. Wo is the police? It's egal. Go, 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 go. It doesn't matter. We can, we can, we can take close exits. Oh, yeah, 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 yeah. Nice, nice. Yeah, we did it. We did it, guys. With four people. Oh, yeah. Oh, that was really nice. That was really, really nice. Well, that worked out in my favor. Yeah, I'm so lucky. I spawned at the telephone, found the gas at the keys and the battery. I'm the luckiest in this round. In the Hunterx AFK, Shadow Slayer 5. This worked out in my favor. I can't believe it's survived this long. In the Hunterx AFK, Shadow Slayer 5. No, no, I think TamQ stuck in the animation. Yeah, I got stuck in the NFK anymore. He turned around. I got stuck two games ago when I was playing Jason Part 7. I got stuck inside the Breaking on the Door animation. Yeah, yeah, you can stuck in some animations. And I think this happened with TamQ. LOL, unser Jäger is down. What is Shadow doing? I can't see him anymore. Oh, he is right off again. What is that? He is spawned and off again. Wow. He was like trying to run or something. Yeah, he was like running in Jason's arms. And he just kicked him out and started running again. Probably a knife help. A bit cool if you were like a Tommy Jarvis. If he had like a pocket knife, he would kick the guy and continue running. So he wouldn't have to wait a second. Like you know what he would run like when you do the monster. Tommy is a little bit stronger than the No More Survivor. That's really nice. He can run a lot. He can run a lot. And I think he gets one more hit by the axe. Isn't there a way you can heal Jason? I heard it too. Yeah, he's here. Yeah, he's here. Yeah, he's here. Oh, you can see the outside camera. Really? It makes all the windows kaputt. What about with Steelwater or? Higgins. Higgins? Is she good for hiding or not? Uh, she can hide. Uh, she has a 50% chance. With Perk here, 60%. Uh, not get sensed. What, what, like what two of the, uh... I think it's with two of the, uh... He's running. Oh wait, no, you're right, you're right. It's 60%. He's running, he's running. He's running. Uh, he's running. Uh, he's running points. I think he's running points. I think he's running points. Because he also brings points. Yeah, I think it's only farming for points. Yeah, Tampco is stuck in the animation. Run. What did you do? Did you, like, snap their neck or something? He broke his neck. Yeah, unfortunately, unfortunately. I've ever had one of my luckiest rounds. It sounds kind of painful actually. Look at Dalu, what's happening with him. And we'll see you in the next round. See you later. Bye bye.